Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Reaktion auf den Anfang in der MyTeam-Karriere. Wir spulen ein bisschen durch und ja hier sehen wir uns, ja das ist schon vor einem Monat her. Es ist doch krass, dass das hier vor einem Monat schon war. Okay, ja okay. Dann würde ich schon was sagen. Starten wir mal in ein Video rein. Wir gehen jetzt auf meinen Kanal. Und übrigens, checkt gern das neue Video aus. Die Folge 30 in der MyTeam-Karriere. Und ich denke, wir starten. Wie fandet ihr die Formel 1-Saison? Also, unser Essen kommt zu einer Frage an euch. Wie fandet ihr den Einblick die Formel 1-Saison 2-Saison-Karriere. Wenn ihr euch gefallen habt und den von Band warst, dann können wir so einen Daumen hoch rein und so auch. Okay, das war schon mal das gute Aufrufzeichen. Ja, das war so ein Clip. Und die haben ja mir eine Kamera aufgenommen. Gucken wir uns das mal an. Okay. Es ist auf jeden Fall krass. Ja, man zieht sich alles. Okay. Muss man kurz das Mikrofon absetzen. Okay, ich bin wieder da. Ich habe nur ein bisschen lauter gemacht. Ähm, ja. Das ist diese MyTeam-Karriere, die wir da, wo ich mal mit der Kamera aufgenommen habe. Aber es hat saulang gedauert, das hochzuladen. Und es hat anscheinend für 29 Rufungen, äh, Aufruf gemacht. Und ich habe ja immer eine... ...Brenriere. Ja, weil habt ihr schon... Also, ihr seht jetzt nicht komplett. Ein bisschen die Kamera. Damit ihr so ein bisschen mehr seht. Seht. Fack. Ja, jetzt wird's. Und da haben wir die überholt. Ich muss jetzt ein bisschen die Kamera... ...besser machen. Ja. Gut, wir sind ja auch... In dem Renn sind wir auch ausgeschieden. Stimmt das? Ich glaube schon. Und... Ja. Auf jeden Fall. Krass. Krass. Was? Ähm, seid ihr eigentlich ein KMG-Fan? Also, ich bin... Wie verbringt man seine Zeit am besten? Oh, nee. Das liegt ganz bei Ihnen. Ich bin ein riesen KMG-Fan. Also... Genesis. Mehr Zeit für das, was Ihnen wichtig ist. Äh, ich... Also, ich mag... Ich gucke immer gerne seine Videos an. Ähm, ja. Ich liebe meine Stadt. Nur manchmal lasse ich das sicher... ...das ist ein Flughafen, ja. Gut. Okay. Gucken wir uns es mal an. Und hier. Zweites Saisonfinale. Ihr seht den Kai jetzt glaube ich nicht. Hier. Leider gar kein guter Start. Wir sind jetzt schon nur auf Platz 5, bevor wir in die erste Kurve einbiegen und das wird noch ein bisschen schlimmer, was für ein Horrorstart. Okay, das würde ich sagen, beenden wir auch schon das Video und gehen wir hier auf eine Super Mario Folge von uns. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Super Mario Runde. Los geht's. Ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Ja, ich bin gehypt. Früher immer Super Mario. Ja, früher immer Super Mario ist natürlich immer dabei. Ich würde mich gar nicht angucken, ob ich so schlecht bin und hier habe ich immer diese Blätter gemalt. Guck mal, das hat sogar 41 Aufrufe. Bitte mehr davon. Ich wünsche mir mehr davon und ich würde auch, ähm, ja Sven, sicher. Guck mal, wie viele Videos ich schon hochgeladen habe. Das ist ja nicht schon normal. Hier, gehen wir mal in das Video rein. Das ist jetzt nicht passiert. Hi Leute und herzlich willkommen zu unserer Mighty-Karriere und das letzte Mal in Monaco. Oh, oh. Oh mein Gott. Das war so ein Rennen, da wo man es irgendwann... Ja, das konnte man echt vergessen, dieses Rennen. Ach so knapp. Oh. Leicht an der Mauer. Ich habe so eine Schleiß geschraubt. Bildqualität, stimmt das? Ähm, das war auf jeden Fall knapp. Ich weiß nicht, ich nehme das ja auch alles mit dem Handy auf. Deswegen ist es so. Können wir den auch nicht mehr überholen oder was? Das wollen wir verhindern, damit wir ihn nochmal angreifen können. Nochmal kurz, ähm, warum immer so eine schlechte Bildqualität kommt. Ähm, es kommt immer so eine schlechte Bildqualität, weil... Ähm... Keine Ahnung, was hier mit dem Mikrofon... Ja, hier habe ich diese Challenge gemacht. In Saudi-Arabien, da war ich ja saufig. Hallo Leute und herzlich willkommen zu uns. Wieso habe ich da gelacht? Ja, wieso habe ich da einfach gelacht? Ich glaube nicht, ähm, zu einem Zeitraum wie die Uhr los geht. Ich bin schon irgendwie so langsam und... Ähm, ich bin aufgeregt, heute das erste Mal in Shatter zu fahren. Ähm, ähm, geil, ich spreche und los geht's. Wir haben sechs Minuten und dreißig Zeit, jetzt für diese... Ich bin verwirrt, wieso ich da so gelacht habe. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir auch schon dieses Video. Es war mal cool. Ein bisschen rum zu schoolen. Gut, bitte mehr Aufrufe, lass ein Abo da. Und, ja, ein Abonnent. Haben noch einen schönen Tag, haut rein und...